Hi hier ist Joe, herzlich willkommen zu einem weiteren Valorant Patch Notes Rundown, heute vom Patch 1.0.3 und heute ist es ein ziemlich kleiner Patch, also es wurde nicht mal was an Agenten oder so verändert. Die wichtigste Änderung ist auf jeden Fall an der Guardian und zwar wurde die günstiger gemacht, von 2700 Credits auf 2500, was meiner Meinung nach eine sehr sinnvolle Änderung ist. Ich fand die Guardian nämlich von Anfang an zu teuer und habe sie im Prinzip nie gespielt und für 2500, ja, vielleicht spiele ich sie jetzt mal öfter. Und vor allen Dingen, wenn man sowieso genug Credits hat, finde ich, hat man sich eh meistens Vandal oder Phantom Gold geholt. Und außerdem wurde noch die Feuerrate geringer gemacht und zwar von 6,5 auf 4,75 und die Begründung hierfür ist, dass die Guardian anscheinend im Nahkampf zu stark war, was mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen ist. Also ich wurde jetzt nicht so oft von der Guardian im Nahkampf geholt und deswegen kann ich die Änderung jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber kann schon sein, dass da was dran ist. Und zusätzlich wurde auch noch die Durchschlagskraft von Mittel auf schwer erhöht, also man kann sehen, mit dem Patch wird einfach die Guardian noch so ein bisschen mehr in Sniper-Richtung bewegt. Und ansonsten werden mit dem Patch noch ein paar Fehler auf den Karten behoben, wie zum Beispiel auf Haven, wo man den Spike an einer bestimmten Stelle nicht mehr aufheben konnte. Und dann wurden auch noch ein paar Sachen am Modus Spike an Sturm verändert, und zwar gibt es jetzt einen neuen Kugeltyp namens Zwillingsjäger. Wenn man die Kugeln einsammelt, spawnen zwei Wölfe, die auf die Gegner zusprinten und wenn sie die Gegner treffen, dann werden die geslowed für 4 Sekunden und ihre Sicht wird eingeschränkt. Die Wölfe können aber auch einfach abgeschossen werden und sie verschwinden außerdem nach 15 Sekunden oder wenn ihr Ziel getötet wird. Und zusätzlich wurden noch auf Split die Kugelpositionen verändert. Die nächste wichtige Änderung an dem Patch ist die Aufgeben-Funktion. Und zwar reicht es im umgewerteten Modus jetzt, wenn 80% der Spieler aufgeben und es müssen nicht mehr alle aufgeben. Im Rank bleiben aber die 100%. Außerdem kann man die Abstimmung zum Aufgeben jetzt schon in Runde 5 machen, anstatt ab Runde 8. Und die Verbesserung finde ich sehr gut, weil ich es einfach ein bisschen unnötig finde, wenn zum Beispiel am Anfang von der Runde direkt Leute liefen und es dann so schwer ist aufzugeben und man vor allen Dingen bis Runde 8 warten musste, bis man aufgeben kann. Und das war es auch schon mit dem Patch-Note-Rundown. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.